Hallo liebe Freunde meines Kanals, ich bin Alex und ihr seid auf Alex How To's und heute testen wir Protein Pancakes von ESN. Genau gesagt ESN, Protein Pancakes und Waffeln oder Waffles, wie die das nennen. Ich habe bereits die Chocolate Chips getestet gehabt, fand ich richtig gut, wenn ihr meinem Kanal folgt unten, dann seht ihr die Videos der letzten Zeit und da waren diese Chocolate Chips dabei, wirklich lecker, gute Nährwerte, wenig Kohlenhydrate, viel Protein, in der Zubereitung super einfach und schmecken eben einfach wirklich ganz gut und das ist das Problem auch bei diesen Protein Pancakes, entweder ihr habt so viel Zucker drin, dass ihr auch einen Schokoriegel essen könntet, also bringt überhaupt nichts und zahlt dafür gleichzeitig viel Geld für Pfannkuchen im Prinzip oder die schmecken halt einfach nicht. Und bei ESN ist es so, ich habe das Proteinpulver seit Jahren schon immer mal wieder gekauft mit einem anderen Produkt, was ich auch sehr gut finde, da wechsle ich immer ein bisschen ab. Bei Lidl gab es eben dieses Aktionsangebot, das machen wir jetzt und testen das, ich sage euch, wie das schmeckt und wie man das zubereitet. Legen wir also gleich mal los, liebe Freunde. Das sind diese Protein Pancakes von ESN, das ist jetzt Vanille, ich habe das Schokolade gehabt, das war gut, steht hier nicht mal drauf, was es ist, man sieht es halt, Vanille, auf der Rückseite steht es glaube ich irgendwo, ja, Vanille Geschmack und jetzt bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Meine Frau hat schon welche gemacht gehabt, die packen jetzt ganz neu, wir machen das jetzt zusammen, ich zeige euch, wie man das macht und dann probieren wir die und ich sage euch, ob die hier wirklich schmecken. Okay, Leitzubereitungsanleitung, machst du 100 Gramm Pulver, exakt abwiegen mit 200 Milliliter Wasser oder mit Milch, liebe Freunde, 2-3 Minuten stehen lassen. So, dafür habe ich diese Waage und dann noch einen Löffel, um es genau auf 100 Gramm zu bekommen. So, 92. Ich halte mich bei diesen Produkten immer sehr genau an die Angaben, weil sonst wird das viel zu zähflüssig und dann kriegst du keine gescheiten Waffeln daraus und Protein Pancakes, die zu dick sind, schmecken dann auch nicht wirklich gut. Wie ihr sehen könnt, genau 101, ein Gramm wird uns nicht umbringen. So, dann müssen wir da Milch reinmachen, 200 Milliliter. Die fettarme Milch, man will ja jetzt nicht, wenn man so ein Protein Pancake macht und so ein Produkt kauft, was ja nicht so günstig ist, wenn man mal ehrlich ist, dann möchte man es ja nicht mit einer fetthaltigen Milch hochtreiben in den Kalorien, deshalb nehme ich dann halt immer eine fettarme Milch. 0,1% Fett habe ich nicht da, gibt es bei meinem Supermarkt gerade nicht, würde ich allerdings bei Protein Pancakes auch nicht empfehlen, weil Fett ist halt ein Geschmacksträger. Je dünner ihr das macht, je weniger Fett da drin ist, desto läschiger und weniger schmeckt das. Deshalb halte ich mich lieber an diesen 1,5% Fett. Okay, dafür kommt mein Nostalgie-Shaker zum Abmessen. Den habe ich schon ewig, liebe Freunde, ist praktisch zum Reinigen. Und diese modernen oder neuen Shaker, ja, da hast du halt mehr Schmutz in den Kanten und bist dauernd am Reinigen im Prinzip. Okay, 200 Milliliter. Nehme ich noch einen Schneebesen, damit das nicht klumpt. Schoko habe ich auch mal nur einen Löffel genommen gehabt, wo ich kein Video gemacht habe und einfach für mich welche gemacht habe. Dann hat das mit einem Löffel ziemlich geklumpt, fand ich nicht so gut. Bin ich dann wieder dazu übergegangen, immer so einen Schneebesen zu nehmen. Das wird sehr schnell zähflüssig. Dementsprechend bleiben halt auch die Klumpen dann im Teig. Etwas schneller rühren. Ist schon zähflüssig. So, und dann muss man das 2-3 Minuten stehen lassen. Stehen lassen, bis der Timer piepst. So, jetzt ist die Zeit vorbei. Jetzt mache ich hier ganz wenig Öl in die Pfanne. Natürlich solltet ihr nicht jede Menge Öl reinmachen, wenn ihr euch schon mehr oder weniger teure Protein-Pancakes kauft und dann 300 Milliliter Öl hier reinschüttet, dann wird das natürlich nichts. Wichtig ist auch mittlere Hitze. Ich habe das bei diesen Schokoladen-Pancakes von denen schon festgestellt. Wenn du die Hitze zu hoch hast, dann brennen die von außen sofort an und sind innen noch im Prinzip roh. Aber das hat nichts mit dem Produkt zu tun, sondern das ist bei jedem Protein-Pancakes oder bei Waffeln allgemein. Also mittlere Hitze. Und ich zeige euch dann noch einen kleinen Trick, damit ihr noch weniger Öl drin habt. Denn ihr braucht ja im Prinzip nur eine hauchdünne Beschichtung in der Pfanne. Und deshalb nehme ich gerne ein Papiertuch. Fahr da kurz drüber, verteile das. Und das Papiertuch saugt dann das überschüssige Fett auf. Und ihr habt dann wirklich nur so eine hauchdünne Beschichtung, was sehr gut ist. Ein Großteil des Öls bleibt dann auf diesem Papiertuch hängen. Und ihr habt das nachher nicht in eurem Pancake. Okay, jetzt habe ich kurz abgewartet, dass das auch warm ist. Jetzt einen Löffel und dann macht ihr einfach den Teig rein. Mehrere Portionen natürlich. Mal sehen, was ich da rauskriege. 100 Gramm Pulver. Das ist ziemlich zähflüssig wie die Schokoladen-Version. Das heißt, die sind ziemlich dick am Schluss des Tages. Schmeckt aber tatsächlich ganz gut, wenn die dicker sind. So, dann machen wir noch einen etwas größeren hier. Vier, aber ich habe nicht mehr viel übrig, ehrlich gesagt. Deshalb verteile ich den Rest jetzt auch noch. Dann sind die lieber ein bisschen größer. Ich mag das nicht, wenn die so winzig sind. Okay, dann habe ich jetzt vier relativ große. Okay, dann lassen wir das kurz so. Ihr müsst immer aufpassen, dass die nicht anbrennen. Das Zeug brennt relativ schnell an. Das heißt, wirklich nur kurz und dann gleich wenden. Aber vorsichtig sein nicht, dass ihr, wenn ihr noch den Teig an dem Teil ihr habt, an dem Wender habt, dann ist es noch zu weich. Okay, ich habe jetzt die Kamera kurz ausgemacht gehabt. Ihr müsst mir ja nicht bei diesem langweiligen. Ah, das ist noch zu weich. Das war jetzt zu früh. Möcht aber trotzdem gut, der weiche Teig. Okay, jetzt schauen wir mal, wie sie aussehen. Noch mal umdrehen. Ich meine, wenn man es ideal macht, dreht man die einmal um. Aber ich tendiere dazu, die meistens zu früh umzudrehen, damit ich die nicht tot brate. Dann sind die nämlich dunkel aus und das mag ich dann nicht. Jetzt habe ich sie gerade noch mal umgedreht. Ich denke, jetzt sind sie fertig. Dann nehmen wir sie gerade mal raus. So, dann würde ich sagen, wir probieren das Ganze mal. Und ich zeige euch noch die Nährwerte, damit ihr Bescheid wisst. Ich würde sagen, wir schauen uns erst mal die Nährwerte an. Das haben wir hier. Und das hat mich eben überzeugt bei dem Produkt, weil die Nährwerte sind im Vergleich zu anderen Protein-Pancakes wirklich gut. Weil ihr müsst das ja immer im Vergleich sehen. Ich habe da Protein-Pancakes mir angeschaut. Die hatten mehr Kohlenhydrate wie alles andere. Und Fett. Da war kaum Protein drin, wurde aber als Protein-Pancake verkauft. Das fand ich dann schon etwas frustrierend. Da war übrigens auch eine Firma dabei, die ich vom Geschmack immer sehr gut finde, bei den W-Proteinen und auch bei den Protein 80 und so. Aber das war eine Katastrophe. Deshalb war das Produkt dann auch sehr günstig. Da müsst ihr immer drauf achten. Okay, also 100 Gramm von dem Pulver könnt ihr ja mit Wasser zubereiten. Das heißt, hier sind die Angaben nur für das Pulver, was auch Sinn macht. 365 Kalorien auf 100 Gramm. Davon von diesen 100 Gramm Pulver sind 85 Gramm Protein. Und das ist wirklich, wirklich gut. Deshalb lasst euch vom Preis nicht abschrecken. Die sind nicht ganz günstig, aber von Inhaltsstoffen ist das halt wirklich fantastisch. Dann haben wir nur 3 Gramm Fett, also fast gar nichts. Und dann haben wir Kohlenhydrate 12 Gramm. Davon Zucker gerade mal 3 Gramm, liebe Freunde. Das ist wirklich gar nichts. Also Nährwerte sind wirklich gut. Kann ich euch nur empfehlen. Jetzt machen wir mal den Geschmackstest und schauen mal, ob die auch wirklich schmecken. Also sie sehen auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Ich bin gespannt, liebe Freunde. Schön dick. Fluffig, so wie ein Protein-Pancake sein sollte. So, Geschmackstest. ESN-Protein-Pancake und Waffles im Test. Vanille habe ich noch nie gegessen. Das ist das erste Mal nur Schokolade. Mh, schön weich. Fluffig. Mh. Das sieht wirklich fluffig aus hier. Schmeckt auch genauso. Schmeckt nach Vanille. Etwas süß. Aber nicht zu süß. Mh. Nehmen wir nochmal ein Stück. Also ich würde sogar sagen, schmeckt noch besser als die Chocolate Chips. Ist natürlich Geschmackssache. Das Vanille schmeckt tatsächlich noch mehr nach einer Waffel. Also das Chocolate Chip, das war schon sehr schwerer. Schwerer würde ich sagen, von dem Schokoladengeschmack und mit diesen kleinen Schokoladenstücken. Das hat man hier nicht. Würde ich sagen, ist eher mein Favorit. Schmeckt noch ein wenig besser. Aber beide sind wirklich gut. Ich kann euch beide empfehlen. Und wie gesagt, schaut euch die Inhaltsstoffe an. Wenn ihr ein Konkurrenzprodukt seht, wo ihr sagt, boah, das ist aber viel günstiger. Und das sieht vielleicht besser aus von der Verpackung oder so. Ja, aber schaut euch mal die Zutaten an. Ich habe das gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, also die meisten Produkte, jede Menge Zucker und jede Menge Kohlenhydrate an sich. Steht aber Protein Pancake drauf. Sie ist aber kaum Protein drin. Im Endeffekt ist da oft eben viel auch Zucker drin und einfache Kohlenhydrate. Und das Ganze ist dann eben als Protein Pancake. Das ist eben bei dem ESN Produkt nicht der Fall. Und das finde ich gut, weil das ist der Sinn der Sache. Und dafür zahlst du halt dann am Ende des Tages vielleicht ein paar Euro mehr. Aber es lohnt sich. Übrigens noch ein kleiner Trick von mir, wenn ihr zu denen gehört, die es gerne sehr süß haben. Überlegt euch mal, Erythritol zu kaufen. Das ist ein Produkt, das sehr süß ist, ähnlich wie Zucker schmeckt und gleichzeitig null Kalorien hat. Ist etwas teurer natürlich. Das Ganze ist nicht billig. Ich benutze das für einen Kaffee. Aber wie gesagt, null Kalorien ist gesundheitlich unbedenklich, wie zahlreiche Studien gezeigt haben. Also ich habe es zumindest so gefunden. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr es drauf machen wollt. Allerdings schmecken die auch so schon wirklich gut. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen fetten Daumen nach oben da unten. Abonniert meinen Kanal. Schaut euch das andere ESN Protein Pancake Video an mit Chocolate Chips. Vielleicht schmecken euch die ja besser. Unterstützt meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür. Ciao, euer Alex.